Die Sicherheitsanforderungen, die jetzt zum Beispiel für die neuen Tunnels massiv verstärkt werden, werden sicher dazu führen, dass die Menschen keine Angst haben müssen, denn bislang haben sie auch keine Angst gehabt. Die Sicherheitsanforderungen, die jetzt zum Beispiel für die neuen Tunnels massiv verstärkt werden, werden sicher dazu führen, dass die Menschen keine Angst haben müssen, denn bislang haben sie auch keine Angst gehabt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017